Herzlich willkommen zu Ihrem Podcast zur Vorlesung Semantik und Pragmatik im Wintersemester 2020-21 an der HHU. Ich bin Simon Kasper und in dieser Folge spreche ich über die Frage, wie geht die kognitive Semantik das Phänomen Bedeutung an? Wenn in der linguistischen Community Semantik gesagt wird, ist meistens wahrheitsfunktionale Semantik gemeint. Die Podcasts dieser Vorlesungen räumen der wahrheitsfunktionalen Semantik deshalb auch einen großen Raum ein. Ich weise aber auch immer wieder auf kontroverse Positionen hin. In ein paar Podcast-Folgen, und diese hier ist eine davon, widme ich mich aber auch exklusiv der kognitiven Semantik. Dieses Mal möchte ich ganz allgemein einige Grundannahmen der kognitiven Linguistik vorstellen, von der die kognitive Semantik ein Teil ist, und darstellen, wie das Phänomen der Bedeutung darin theoretisch angegangen wird. Die kognitive Linguistik betrachtet Sprache als Mittel, um Information zu ordnen, zu verarbeiten und zu übermitteln. Information ist also das, was mittels Sprache geordnet verarbeitet und übermittelt werden soll. Versuchen wir erst mal, Informationen zu charakterisieren, indem wir sie im Verhältnis zu unseren wichtigsten kognitiven Prozeduren verorten. Das sind zunächst die Phänomene in der Wirklichkeit, das, was wir wahrnehmen. Sagen wir, etwas Hautfarbenes, Glattes, das eine geschlossene Form bildet und sich von selbst geschmeidig bewegt. Das ist die Ebene der sogenannten Perzeption. Und dann ist da dasjenige, als das wir das Wahrgenommene erkennen oder kategorisieren, zum Beispiel als eine Nacktkatze mit Fledermaus-ähnlichem Gesicht. Das ist die Vorstellungsebene oder Konzeptebene oder, wenn man das Prozesshafte daran hervorheben will, die Konzeptualisierungsebene. Die Wahrnehmung hat es mit Perzepten zu tun, die Konzeptualisierung mit Konzepten. Wir können aber natürlich auch ein Konzept von etwas Bestimmtem, zum Beispiel von einer Katze, evozieren, ohne dasjenige auch tatsächlich wahrzunehmen. Die kognitive Linguistik geht aber generell davon aus, dass unsere Konzepte sich letztlich alle aus der Wahrnehmung speisen. Wir können auch Erfahrungen sagen. Seien es nun aktuelle oder vergangene oder innere Erfahrungen. Vor diesem Hintergrund können wir die perzeptiven und dadurch auch konzeptuellen Inhalte als Information begreifen. Was heißt weiter, dass Information, also perzeptive bzw. konzeptuelle Inhalte mittels Sprache geordnet und verarbeitet werden? Das verweist uns auf eine der beiden Sprachfunktionen, die in der kognitiven Linguistik zentral gestellt werden. Die symbolische Funktion. Das sprachliche Zeichen ist auch die Grundeinheit in der kognitiv-linguistischen Sprachbetrachtung. Und dabei wird betont, dass es sich immer um Paare aus einer Form und einem Inhalt handelt. Die kognitive Linguistik betrachtet aber, wie ihr Name schon andeutet, sprachliche Zeichen als Einheiten des individuellen sprachlichen Wissens. Deshalb sind sprachliche Zeichen selbst auch Konzepte. Und das heißt, dass es sich streng genommen um Paare von inneren Bildern von Formen und inneren Bildern von Inhalten handelt. Also um Paarungen von Formen und Inhaltskonzepten und nicht von konkreten Formen und konkreten Inhalten. Wenn wir einen Ausdruck hören, zum Beispiel Katze, dann gleichen wir dieses akustische Perzept mit einem Konzept, mit einem inneren Bild der Äußerungsform Katze ab. Und wenn wir das Geräusch Katze dann als Instanz unseres Konzepts der Äußerungsform Katze erkennen, dann evoziert dies automatisch auch das dazugehörige Inhaltsbild einer Katze. Und umgekehrt wird ein wahrgenommenes Phänomen, das wir mit unserem Konzept einer Katze identifizieren, automatisch das dazugehörige Formbild der Lautkette Katze evozieren. Nun gehört zu diesem Zeichenbegriff aber noch eine wichtige Annahme. Man geht nämlich davon aus, dass uns so ein Konzept wie das von einer Katze unabhängig von dem sprachlichen Zeichen Katze nicht einfach so gegeben wäre. Das heißt, dass wir über so ein festes, immer wieder evozierbares Konzept von einer Katze verfügen, das hängt daran, dass es ein sprachliches Formkonzept gibt, mit dem es konstant assoziiert ist. Die sprachliche Form gibt dem Katzenkonzept sozusagen kognitiven Halt. Wir müssen uns eine Sprache jetzt als ein ganzes System von solchen Zeichen vorstellen, wobei der Umfang dessen, was mit einer sprachlichen Form assoziiert ist, davon abhängt, welche verwandten Phänomene von anderen Formen in der Sprache bezeichnet werden. Wenn wir eine Sprache sprechen, in der die Form Katze zum Ausdruck des Inhalts Hund und zum Ausdruck des Inhalts Katze verwendet wird, dann fixiert das Zeichen Katze ein Konzept, das Hunde und Katzen umfasst, aber keins, das nur das Konzept Hund fixieren würde und keins, das nur das Konzept Katze fixieren würde. So fungiert das komplette Zeichensystem als eine Konzeptfixierungsschablone und welchen Umfang das Konzept hat, das durch eine Form fixiert wird, hängt davon ab, welche anderen Formen existieren und welchen Umfang an Konzepten sie fixieren. Eine besondere Herausforderung für die kognitive Semantik besteht darin, plausibel zu machen, wie ein sprachliches Zeichen als individuelles kognitives Faktum auch konventionell sein kann, mit anderen Worten, wie die kognitive Linguistik, und die Kognition ist ja immer etwas Individuelles, mit dem sozialen Faktum der Konventionalität des Zeichens umgehen kann. Diese Kluft ist ja gerade das, was die Unterscheidung von Long und Parole motiviert hat. Es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, das Konzept, das SprachbenutzerInnen mit sprachlichen Formen assoziieren, mit der konventionellen Bedeutung in Verbindung zu bringen. Dazu kognitiviert die kognitive Linguistik die konventionelle Bedeutung. Wie geht das? Das geht, indem man die konventionelle Bedeutung mit einem kognitiven Prototypen gleichsetzt, von dem ein konkretes Konzept mehr oder weniger abweichen kann. Mit einem Ausdruck wie Katze wäre also konventionell eine prototypische Katze verbunden, eine idealtypische Katze, die sozusagen den gemeinsamen konzeptuellen Nenner aller Katzenvorstellenden darstellt. Tatsächlich bilden Prototypen im Zusammenhang mit der Kategorisierung einen festen Bestandteil kognitiv-linguistischer Annahmen. Die zweite Sprachfunktion ist die interaktive Funktion. Und diese ist natürlich ganz eng mit dem Aspekt von Sprache verbunden, ein Mittel zur Übermittlung von Information, also von Konzepten zu sein. Wenn wir jetzt nicht so tun, als würde das sprachliche Zeichen irgendwie unabhängig von unserem Zeichengebrauch existieren, sondern nur im Vollzug, dann zeigt sich die Beziehung von Konzepten zur sprachlichen Form und von der konventionellen Bedeutung zur sprachlichen Form noch einmal anders, nämlich zum einen in der Sprachproduktionsaktivität und zum anderen in der Sprachverstehensaktivität. Wenn wir an die Produktion denken, können wir uns vorstellen, wir nehmen etwas Hautfarbenes, glattes wahr, das eine geschlossene Form bildet und sich von selbst geschmeidig bewegt. Im Rahmen der Konzeptualisierung erkennen wir dieses etwas als das Exemplar einer Nacktkatze mit Fledermausgesicht. Jetzt stellen wir uns vor, eine Bekannte von uns hört eine Äußerung von uns, in der wir das wahrgenommene und kategorisierte mit der sprachlichen Form Katze bezeichnen. Die Bekannte selbst hat aber nicht wahrgenommen, was wir wahrgenommen haben. Für sie ist der Ausgangspunkt ihrer Konzeptualisierung, das heißt ihres kognitiven Aufbaus eines Katzenkonzepts, nun nichts anderes als die sprachliche Form Katze. Und sie wird sich beim Ausdruck Katze nun ohne besondere Information auch nicht die spezielle Nacktkatze mit Fledermausgesicht vorstellen, die wir wahrgenommen haben, sondern sie wird sich in etwa das vorstellen, was sich Leute eben ohne weitere gegenläufige Informationen in der Regel vorstellen, wenn sie Katze hören, nämlich eine gute Katze, eine prototypische Katze. Dass diese Katze deutlich von dem abweicht, was wir wahrgenommen haben, kann sich, muss sich aber nicht in der weiteren Konversation noch herausstellen. Wenn wir das sprachliche Zeichen also aus Interpretationsperspektive betrachten, dann ist eine sprachliche Form am ehesten so etwas wie ein Zugriffspunkt zu potenziell ganz verschiedenartigen Konzepten, die am Modell eines Ideal- oder Prototypen orientiert sind, eben dem, was man sich eben unter einem Ausdruck so vorstellt, zum Beispiel Katze. Ohne anderslautende Information wird sich jemand unter dem Ausdruck dann auch vorstellen, was man sich eben unter dem Ausdruck vorstellt, zum Beispiel eine prototypische Katze. Anders, wenn die sprachliche Form von Anfang an lautet hautfarbene Nacktkatze mit Fledermausgesicht. Dann bildet zwar jeder Teilausdruck auch wieder einen Zugriffspunkt zu bloß prototypischen Vorstellungen, im Zusammenspiel beschränken sie aber wechselseitig die möglichen Ausprägungen der Konzepte und führen so zu einer relativ spezifischen Katzenkonzeptualisierung. Wir können zwei Dinge festhalten. Erstens, so wie eben erläutert, macht die kognitive Linguistik aus einer theoretisch schwierigen Beziehung zwischen einer realen individuellen und einer idealen sozialen Tatsache eine einzige kognitive Tatsache. Und zweitens, dadurch, dass in der Kognition nun Raum für individuelle und konventionelle Konzept ist, kann die kognitive Semantik auch Bedeutung mit Konzeptualisierung identifizieren. Bedeutung ist Konzeptualisierung. Eine Grundannahme der kognitiven Linguistik ist im sogenannten Cognitive Commitment oder Kognitionsbekenntnis erfasst. Damit bekennt sich die kognitive Linguistik zu der Annahme, dass linguistisch ermittelte Strukturprinzipien der Sprache damit vereinbar sein sollen, was andere wissenschaftliche Disziplinen über Kognition ermittelt haben. Das Kognitionsbekenntnis besagt, dass insgesamt keine anderen sprachlichen Strukturprinzipien theoretisch postuliert werden sollten als solche, die durch andere Disziplinen wie etwa die kognitive Psychologie oder die Neurowissenschaften empirisch gerechtfertigt werden können. Das schiebt der Möglichkeit, spezielle, ausschließlich sprachbezogene kognitive Prozeduren oder Komponenten zu postulieren, einen Riegel vor. Die kognitive Linguistik weist mit dem Kognitionsbekenntnis dieser Annahme ab, der zufolge grob gesprochen Sprachkognition prinzipiell anders sei als der Rest der Kognition. Das ist eine Grundannahme der generativen Grammatik. Schauen wir uns zwei Illustrationen an. Wenn wir visuell Szenen wahrnehmen in der wirklichen Welt, also sowas wie grüßende Menschen, fliegende Vögel, miauende Katzen, Straßenverläufe und so weiter, dann sind diese Wahrnehmungen durch unsere Blickbewegungen und durch unsere dynamische und selektive Fokussierung der Aufmerksamkeit gekennzeichnet. Wir folgen mit unserem Blick, der fast immer auch mit unserem Aufmerksamkeitsfokus zusammenfällt, demjenigen, was für uns perzeptiv auffällig ist oder dem, was für unsere Handlungsplanung relevant ist. Und dasjenige sondern wir als Objekt oder als Figur der Wahrnehmung visuell aus und der Rest bildet dann dazu den Hintergrund. Wir können an Sätzen sehen, wie Satzstrukturen sozusagen unsere Aufmerksamkeitsverteilung in den ausgedrückten Ereignissen widerspiegeln. Rauch steigt auf. Das Kind steht vor dem Fahrrad. Das Fahrrad steht hinter dem Kind. Es ist kein Zufall, dass hier dasjenige, das in der Wirklichkeit unsere visuelle Aufmerksamkeit auf sich zieht, als Nomen, als Satzglied und als Subjekt ausgedrückt ist. Rauch steigt auf. In das Kind steht vor dem Fahrrad. Das ist auch das Kind, Subjekt, Nominalfrase, Satzglied. Unser innerer Blick fokussiert den Rauch bzw. das Kind und wandert dann nach oben bzw. zum Fahrrad. Und in das Fahrrad steht hinter dem Kind ist es eben umgekehrt. In einem Satz wie er hat die Vase heruntergeworfen gegenüber die Vase ist heruntergefallen, sehen wir, dass wir wahrgenommene Kausalketten, er verursacht, dass die Vase herunterfällt, sprachlich zerschneiden können. Wir können den Verursacher des Vaserunterfallens ausdrücken, er hat die Vase heruntergeworfen, oder das bloße Fallen der Vase verbalisieren, die Vase ist heruntergefallen, und den Verursacher vorne abschneiden. Das kann durchaus soziale Implikationen haben. Wir können die Aufmerksamkeit auch lexikalisch lenken, nicht nur im Satz. In die Tür ist geöffnet, mit Partizip 2 geöffnet, suchen wir kognitiv eher nach einer Ursache für das Offensein der Tür, als in die Tür ist offen, mit Adjektiv. Ein zweites Beispiel dafür, wie allgemein kognitive Prozeduren die Sprache durchdringen. Das ist die konzeptuelle Metapher. Dahinter steckt folgendes. Unser Vorstellungsleben dreht sich auch um Dinge, die wir nicht unmittelbar leiblich erfahren, leiblich wahrnehmen können. Wir nennen diese konzeptuelle Zieldomänen. Solche konzeptuellen Zieldomänen, die wir nicht unmittelbar erfahren können, die müssen wir mit den Mitteln anderer konzeptueller Domänen strukturieren, und zwar solcher, die wir unmittelbar leiblich erfahren können. Wir nennen diese Domänen Quelldomänen. Ein Beispiel für eine Zieldomäne ist Macht. Macht ist als solche nicht unmittelbar wahrnehmbar und deshalb strukturieren wir das Konzept Macht mit einem erfahrungsmäßig sehr viel basaleren Konzept, nämlich mit der relativen Höhe. Sie hat wieder die Oberhand gewonnen. Sie steht weit über ihm. Er ist wirklich tief gefallen. Das ist der Bodensatz der Gesellschaft. Die Quelldomäne scheint an die leibliche Erfahrung körperlicher Unterdrückung, ich wiederhole Unterdrückung, gebunden zu sein, deren wir uns bedienen, um über Macht zu sprechen. Neben der Wahrnehmung und der Aufmerksamkeit sowie der konzeptuellen Metapher gibt es eine ganze Reihe von weiteren kognitiven Komponenten und Prozeduren, die in der nichtsprachlichen Kognition äußerst wichtig sind und die sich ebenso prominent auch in der Sprache zeigen. Dazu gehören die Assoziation, die Routinisierung und die Automatisierung, die Kategorisierung und die Schematisierung. Die kognitive Linguistik bekennt sich auch zur Symbolizität von Grammatik oder weniger geschwollen ausgedrückt zur Zeichenhaftigkeit der Grammatik. Die Zeichenhaftigkeitsthese besagt, dass die Basiseinheit der Grammatik ein Paar aus einem Ausdruckskonzept und einem Inhaltskonzept ist. Diese Annahme hat abgrenzenden Charakter. Sie impliziert nämlich, dass Grammatik nicht untersucht werden kann, indem man nur sprachliche Formseite untersucht, wie das die generative Grammatik macht. Stattdessen wird die Ausdrucksseite immer nur in ihrer Verbindung mit der Bedeutung untersucht. Grammatische Strukturen sind also inhärent bedeutungsvoll. Sie haben selbst Zeichencharakter. Wie soll das gehen? Ein wichtiger Punkt dieser Zeichenhaftigkeitsthese ist, dass Paare aus Ausdrucks- und Inhaltskonzepten schematisch sein können. Das heißt, schematische Formseiten und schematische Inhaltsseiten haben können. Die Paare, oft auch vereinfachend und kurz Formbedeutungspaare genannt, verlaufen von schablonenartigen syntaktischen Konfigurationen über Idiome und gebundene Morpheme bis hin zu Wörtern. Ein Beispiel soll genügen. Thorsten schenkt seinem Kollegen Kuchen. Das ist ein detransitiver Satz mit einer rechtsspezifischen Bedeutung. Die kognitive Semantik sagt, wir können diesen Satz verstehen, weil in unserem Sprachwissen nicht nur Konzepte von Thorsten schenken, sein, Kollege und Kuchen existieren, sondern auch, weil darin ein Konzept einer schematischen, detransitiven Konstruktion existiert. Einer Paarung aus der Form NPVNPNP, Thorsten schenkt seinem Kollegen Kuchen, und der Bedeutung, jemand transferiert etwas zu jemandem. Wenn wir diesen Satz wahrnehmen, dann evoziert das nicht nur die Konzepte von Thorsten schenken, Kuchen und so weiter, sondern auch das dieser schematischen Konstruktion. Ich fasse das Ganze noch einmal ganz kurz zusammen. Sprache dient der Informationsstrukturierung und Übertragung. Mit Information ist konzeptueller Inhalt gemeint. Sprachwissen besteht aus Konzepten von Form-Inhaltspaaren, die sowohl individuell als auch konventionell sein können. Damit wird Bedeutung mit Konzeptualisierung gleichgesetzt. Die Mechanismen der Konzeptualisierung orientieren sich an den Erkenntnissen der Neuro- und Kognitionswissenschaften. Grammatische Strukturen symbolisieren kognitive Strukturen, zum Beispiel Wahrnehmungsstrukturen. Und die Form-Inhaltspaare im Sprachwissen umfassen auch schematische und komplexe Formen und Inhalte. Und ich ergänze, von Wahrheit ist dabei nirgends die Rede. Damit schließe ich für dieses Mal. Ich sage Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Tschüss bis zum nächsten Mal. Ja, das war gut. Vielen Dank.